Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Auch hier im Sonderangebot 100 Gramm Coca-Beta 1,99 Euro. Wo nur böse Amerikaner aus Kokain machen. Sehr fortschrittlich für die Kultur in der Firma Coca-Cola. Soll es legalisieren. Jetzt! Soll! Soll es clampen? Soll es legalisieren? Ja. Soll es legalisieren? Soll es legalisieren? Hier kann man das einfach haben, dass sie einen Stück höher gehen und dann werden wir sozusagen in der Jugend. So, wir sehen euch zum Finale noch einmal wieder. Deswegen bitte ich euch, herunter zu gehen, weil ich jetzt die nächste Truppe erwarte. Weil wir wandern nämlich jetzt noch einen Stück höher, denn jetzt kommen gleich die Junioren zu uns. So, ihr dürft runterlaufen, bitte. Ja, in der Zwischenzeit erzähle ich einmal kurz etwas. Und zwar, wir sind ja ein Karnevalsverein, der 1974 im schönen Stadtteil Badenbrock gegründet wurde. Ja, wir hatten im letzten Jahr unser Jubiläum, 44 Jahre KW Grün-Weißen-Fuch. War für uns eine besondere Session mit vielen Ehrungen, mit vielen Geschenken, mit vielen tollen Momenten. Ja, wir trainieren immer mit uns. Das ist unser Kindertag. Vielen Dank.